Das Schweißen ist ein sehr wichtiger Prozess, weil Optik und Festigkeit oft verbunden werden sollen. Nachdem wir verschiedene Möglichkeiten getestet haben, haben wir dank dem automatisierten Wegschweißen die beste E-Gemeinschaft von Optik und Festigkeit erreicht. Aber was sind die Vorteile des automatisierten Wegschweißen? Optisch ist das Wegschweißen mit dem Verlöten vergleichbar. Die Festigkeit einer Wegschweißnaht ist sicherlich besser als die einer Lötstelle. Das automatisierte Wegschweißen ermöglicht eine beständige Qualität, die das Verlöten per Hand nicht garantieren kann. Das Wegschweißen ist günstiger als das Löten, denn es ist ein automatisierter Prozess. Daneben soll die Schweißnaht vor dem Verchromen nicht gebeizt bzw. dekapiert werden. Dank unserer Erfahrung können auch Standteile und nicht mehr nur Fresteile weggeschweißt werden. Natürlich mit entsprechender Sparnis. Nun kann man auch auf Gehrung wegschweißen. Das bedeutet einen kleineren Aufwand und gleichzeitig eine bessere Optik. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. uerinnen. Auf Wiedersehen. Beim dem dem